Hi, ich bin Dimi, Sänger und Musical-Darsteller und ich kenne den Chris jetzt seit fast einem Jahr. Wir haben in der Zeit schon einige tolle Projekte zusammen realisieren können, wie zum Beispiel die Cover von meinen letzten beiden Songs und meine letzten beiden Autogrammkarten. Was mir in der Zusammenarbeit mit dem Chris so gut gefällt, ist, dass Elmar zu 100% das umsetzen kann, was man sich vorstellt, dann aber noch eigene Ideen dazu ändert, dass zum Schluss was richtig, richtig Geiles bei rumkommt. Außerdem ist die Atmosphäre beim Shooting immer mega entspannt und locker, immer super witzig und on top läuft immer gute Musik.